Und ich habe hier eine klare Botschaft. Wie viele Menschen müssen noch sterben? Wie viele Menschen müssen noch für eine Migrationspolitik, die nicht funktioniert, ihr Leben lassen? Wie viele Menschen müssen hier noch Opfer werden? Mir persönlich ist es ganz egal, woher jemand kommt, welche Religion er hat, welche Kultur er hat. Denn mir geht es um die Menschen, um jedes Leben.